Jo, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Portal. Wir sind in der letzten Kammer angekommen und ich weiß nicht, was uns erwartet. Kammer 18 war ja schon schwer, aber lassen wir uns mal überraschen. Willkommen beim letzten Test. Wenn Sie fertig sind, geben Sie das Gerät im Geräterückgabe-Komplex ab. Laut den Vorschriften des Enrichment Centers müssen beide Hände leer sein. Okay, das haben wir jetzt aktiviert. Ich nehme an, dass es wieder... Das leuchtet man. Egal. Ich nehme an, dass es hier der Aufzug war. Wo ist er? Da ist er. Ich würde sagen, wir haben ihn verpasst. Aber das ist nicht schlimm. Immerhin können wir hier abkürt. Ah, ne, ah, ne. Plopp. Ist das hier? Ja. Okay. Ein Knöpfchen. Ah. Da haben wir bestimmt irgendwas gemacht, was wir nicht tun sollten. Nein. Ah. Ich habe jetzt was gemacht, was ich nicht tun sollte. Fängt ja schon gut an, hier die Kamera. So, wo sind wir? Das habe ich falsch gemacht, oder? Okay, nur. Vielleicht warten, bis da aufzukommen, oder? Kommt der denn über... Ah, okay, der kommt von da. Das ist ganz anders erwartet. Und hopp, drauf damit. Ach du Scheiße. Ähm, plopp. Plopp. Hopp. Von Angst. Ach du Scheiße. Okay. Braucht man zu? Ui. Scheiße. Duck mich mal lieber. Verschüren Sie keine wichtigen Testapparate. Oh, ich glaube, ich weiß was. Nein, 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 nein. Och, nee. Kann das Ding mal nicht langsamer fahren, echt? Stören Sie keine wichtigen Testapparate. Klopp. Klopp. Oh, yeah. Oh, da ist der Kuchen. Der Test ist vorüber. Was? Alle Aperture-Technologien bleiben bis 4000 Grad Kelvin betriebsfähig. Verarschen? Seien Sie versichert, dass es vor Ihrem Siegesfeuer zu keinerlei gefährlichen Gerätefehlfunktionen kommen kann. Verarschen? Danke für die Teilnahme an dieser Enrichment-Aktivität von Aperture Science. Ende. Kann man da irgendwie durch oder so? Ich nehm an, das müssen wir so machen. Ja. Boah. Heftig, ey. Oh. Es hätte Brathähnchen gegeben hier. Oh. Wo wir so taten, als wollten wir Sie tüten. Wir sind sehr, sehr froh über Ihren Erfolg. Wir geben eine Party zu Ihren Ihres enormen Erfolges. Das ist aber schön. Hui. Stellen Sie das Gerät ab und legen Sie sich mit gespreizten Armen auf den Bauch. Noch was? Ein Partymitarbeiter kommt sofort, um Sie zu Ihrer Party zu bringen. Richtige Exkorte. Versuchen Sie nicht mehr, den Testbereich zu verlassen. Doch, mache ich. Nehmen Sie die Eskortierungsposition ein, oder Sie verpassen das Fest. Ach, du Scheiße. Ja, klar. Bräuchte auch noch alles zusammen. Und ich weiß jetzt ganz ehrlich nicht... Kann man die Tür öffnen? Ja, kann man. Ja. Was war denn das jetzt? Hier schlummern unsere kleinen Freunde. Hier schlummern unsere kleinen Freunde. Geht's hier nicht rein? Wenn nicht hier, wo dann, vielleicht doch, aber wohin denn? Da oder bis... Hä? Wir sind jetzt in einem Kreis gegangen. Kann das sein. Da muss man hier noch irgendwas... Irgendwas übersehen. Das ist unrücklich. Und das bedeutet immer... Ich werde das nächste Mal bestimmt auch nicht sehen. Und das wiederum bedeutet, wir irren hier... Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Ach, du, ich weiß nicht... Was kommt jetzt? Irgendwas, was uns... Irgendwas, was uns... Oh, oh. Oh, oh. Komm, irgendwas... Oh, schau, liebe! ha 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 zu guter Portale boah ne nein Hilfe leck mich ab das hätte dir jetzt Brühe eingegeben oder so ach du ahntest nicht ich wollen wir erstmal dahin klopp so Observierung nein boah ja boah ich geh auf bestimmt coole Sachen drin so ne Röhre eine Röhre oh was ist das da kann man da stehen kann man nicht da hätte ich springen müssen aber wie sagt man so schön ok ok was ist denn das da wir kommen noch da her ne ja da kommen wir aber da ist noch das Portal ok hopp ach so ja die andere Seite was ist das was ist das kann man da so ich ziele Sniper ok pass auf wir gehen jetzt erstmal wo gehen wir jetzt erstmal hin was ich will da rein ey was ist hier mit dem Ventilator vor er wird alles ab ich muss hier ok der Ventilator macht's nicht man konnte doch mal durch Gitter ey ne ist doch hier ist doch zum Schweine melken ist das was soll man denn jetzt hier machen müssen müssen ja hier müssen wir hin ah die neue xbox xbox ist scheiße bestimmt bequem boah so ein Hyperrechner brauche ich auch bisschen Putt machen hier Randale Randale wo wo ein Hinterzimmer was ist denn hier los also ordentlich sind die kommen wir daher oder müssen wir da noch hin mach auf mach ne oder die wollten wir doch jetzt nicht sagen dass es die ganze Zeit offen war hier ich habe ich nicht gesehen ne da kommen wir ja her ach Leute ich bin so verwirrt warum muss ich denn die Team ich nehme an da hin boing 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 ach so ne da kommen wir ja her kann ich da irgendwo mein Portal setzen da vielleicht da vielleicht ne ne bedeutet doch da das bedeutet das wo sind wir jetzt wo sind wir jetzt da ja ich würde sagen da hinten hin ne klopp 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 die wollen wir jetzt verarschen ich krieg nochmal her die Katze krieg ich wir müssen da hin wir machen jetzt hier nochmal ein Aufkampf sei ne 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 oh ne ne nein ne 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 oh ne 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 eine ne 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 So, kommen wir also immer an die Q-Busse. Muuu. Okay, der Test ist vorbei, gewonnen. Gehen Sie zum Rückgabekomplex, zu Ihrem Kuchen. Der Test war toll und wir sind beeindruckt von Ihren Leistung. Das war's. Ist das nicht hier dieser eine Raum? Ist doch da eine Raum.